Willst du einen technischen Beruf lernen und trotzdem einen näheren Bezug zu Menschen und Medizin haben? Dann komm mit und wir zeigen dir, wie die Lehre bei Mathis als Konstrukteur aussieht. Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist, ein 3D-Modell und die dazugehörigen Zeichnungen zu erstellen. Im Verlauf der Lehre setzen wir uns mit zwei Arten vom Zeichnen auseinander. Mit dem CAD und dem Zeichnen von Hang. Es ist wichtig, ein reimliches Vorstellungsvermögen sowie Freude am genauen und präzisen Arbeiten zu haben. Prototypen werden oft zuerst mit dem 3D-Drucker hergestellt, um zu schauen, ob sie die Funktion und Anforderungen erfüllen. Dabei wird das Interesse an die Technik gefordert. Um ein Produkt zu entwickeln, muss man auch oft mit anderen Abteilungen in Kontakt treten. Das bringt Abwechslung genau wie ein Besuch bei einer Operation im Spital. Im hauseigenen Workshop-Raum kann das Handling der entwickelten Produkte getestet werden. Ihr Mathis werden auch andere Brüfe ausgebildet. Man ist also nie alleine als Lernender. Wir haben guten Kontakt zu den anderen Auszubildenden und machen einmal pro Jahr einen lernenden Ausflug. Wenn wir dieses Interesse geweckt haben, dann macht Lehrbier Mathis und profitiere von diesen Vorteilen. Vom Leistungslohn, von sieben Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, von sechs Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir sind direkt am Bahnhof. Bewegt mit uns die Zukunft! Tschüss! Tschüss!